Willkommen zu einem kurzen Einführungsvideo zur Navigationssoftware AVNAV. AVNAV ist entwickelt worden von Andreas Vogel und steht kostenlos zur Verfügung. Andreas Wellenvogel, wie auch der Sprecher dieses Videos, sind Teil des Open Boat Projects. Das Open Boat Project hat sich entwickelt aus dem Segelnforum, in dem einige an Marina Elektronik und Software Interessierte sich zusammengetan haben, um Do-It-Yourself-Projekte für Sportbootfahrer zu initiieren. Das ging bisher so weit, dass das Open Boat Project auf der Boat 2020 einen eigenen und richtig gut besuchten Ausstellungsstand hatte. Doch zurück zu AVNAV. AVNAV ist eine Navigationssoftware für Sportbootfahrer, davon gibt es so einige. Jedoch wartet AVNAV mit einigen Spezialitäten auf, die es in sich haben. Wie andere Apps in diesem Bereich kann man elektronische Seekarten laden und mit angeschlossenen GPS-Geräten schauen, wo sich das eigene Boot befindet. Es ist natürlich möglich, Marker zu setzen, zu denen man navigieren kann, man kann Routen erstellen und AIS-Signale einbinden, mit entsprechenden Features, wie dem Setzen von Annäherungsalarmen und so weiter. Was die weiteren Programmfeatures betrifft, ist der eingebaute Ankeralarm schon nicht mehr so selbstverständlich. Und die recht frei konfigurierbaren Flächen zur Visualisierung von Daten können sich im wahrsten Worte sehen lassen. Was aber ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal darstellt, soweit ich das überblicken kann, ist das Serverkonzept von AVNAV. AVNAV lässt sich auf einem Raspberry oder einem Windows-Rechner installieren und als Navigationszentrale betreiben, die alle relevanten Daten einsammelt und Seekarten bereitstellt. Der Zugriff auf den Server und damit die eigentliche Darstellung von Karten und Daten läuft in einem Webbrowser. Und wenn der AVNAV-Server in einem Netz läuft, lässt sich parallel von mehreren Geräten per Webbrowser auf den AVNAV-Server zugreifen. Und da ist es egal, ob die zugreifenden Geräte aus der Microsoft-Welt kommen, auf iOS hören oder mit Android unterwegs sind. Ist ja Browser-basiert und damit plattformunabhängig. Das ist allein schon richtig klasse. Der Entwickler von AVNAV ist Segler. Und daher hat er das Serverprinzip so gedacht, dass man zum Beispiel Routen auf einem Gerät im Netz vorbereiten und starten kann. Sie sind dann auf den anderen Geräten im Netz sofort sichtbar und aktiv. Wenn man denn will. Denn das lässt sich auch ganz einfach abschalten. Mit anderen Worten, das Serverkonzept bietet eine an Bord unheimlich praktische Anwendungsmöglichkeit. Und der Deck am Navi-Tisch bereitet der Navigator die nächsten Routen oder Legs vor. Der Rudergänger im Cockpit hat nach dem Start des Routings sofort optischen Zugriff darauf, ohne vorher noch GPX-Files oder ähnliches laden zu müssen. Und da wären wir beim Punkt Bedienbarkeit. AVNAV ist konsequent für die Bedienung per Touchscreen ausgelegt und hat damit dem anderen Open-Source-Platzhirsch mehr als eine Nasenlänge voraus. Und wer mit AVNAV am Touchscreen mal eine Route gebaut hat und das gleiche mit anderen Navi-Apps macht, weiß, wovon ich rede. Dazu bietet AVNAV die Möglichkeit, für jedes Gerät, das man benutzen möchte, oder für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten sogenannte Layouts zu definieren. Wenn also auf dem Tablet nicht so viel Platz ist für Schaltflächen wie auf dem 15-Zoll-Bildschirm am Navigationstisch, baut man sich unterschiedliche Layouts und ordnet sie seinen Geräten zu. Die Browser der Geräte merken sich diese Zuordnung dann. Ein ganz wesentlicher Punkt bei Navigationssoftware ist die Frage, welche Karten sind mit der App nutzbar. Hier gilt für AVNAV, Rasterkarten, die nicht herstellerverschlüsselt sind, können verwendet werden. Vom Entwickler von AVNAV kommt dazu auch noch eine Konvertierungssoftware, mit denen man auch selbst gescannte Karten nutzbar machen kann. Vektorkarten können ebenfalls verwendet werden, und zwar Karten des Typs OES-ENC. Diese Karten basieren auf amtlichen Karten der jeweiligen kartografischen Ämter der Länder. Sie sind allerdings nicht kostenlos und können über den O-Charts-Shop bezogen werden. Die beliebten Karten zum Beispiel von Navionics können bisher nicht eingesetzt werden, allerdings soll es vielversprechende Gespräche rund um die vergangene Bootsmesse gegeben haben. Wer weiß, was die Zukunft dahingehend bringt. Das AVNAV-Server-Prinzip sorgt übrigens dafür, dass die Seekarten nur einmal, nämlich auf dem Server, installiert werden müssen. Die anderen Geräte greifen dann auf das immer gleiche Kartenmaterial zu. Ach ja, und es gibt nicht nur die eben beschriebene Server-Variante. Ebenfalls zur Verfügung stehen ein Standalone AVNAV für den Raspberry und eine Android-App, die ebenfalls dann nur lokal auf einem Gerät läuft. Soweit, so gut. Was brauchst Du also, um AVNAV auf einem Boot zum Laufen zu bringen? Die Antwort ist nun nicht ganz trivial, weil Du Entscheidungen treffen musst. Wenn Du die Annehmlichkeiten der Server-Variante nicht brauchst, greifst Du je nach vorhandener Hardware auf die Android-App oder auf AVNAV-Touch zurück. AVNAV-Touch läuft nur auf Linux-Rechnern und Rasperys. Wählst Du die Server-Variante, kannst Du AVNAV auf einem günstigen kleinen Einplatinen-Computer wie dem Raspberry installieren. Wie das im Einzelnen geht, zeigt Dir die Dokumentation im Abschnitt AVNAV-Installation unter diesem Link. Alternativ lädst Du Dir von der Webseite des Entwicklers die Windows-Installation herunter und folgst den Anweisungen der Installationsroutine. Eine Besonderheit ergibt sich, wenn Du bereits mit dem sogenannten Open Plotter-Image auf einem Raspberry arbeitest. Open Plotter stellt Apps und Voreinstellungen für den Raspberry zur Verfügung, die auf spezielle maritime Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wie das funktioniert, ist hier beschrieben. Wenn Du Dich näher über Open Plotter informieren möchtest, schau einfach auf dieser Webseite nach. Die Datenzentrale von Open Plotter ist der Signal-Key-Server. Schon wieder ein Server? Keine Sorge, das klingt komplizierter, ist es aber nicht. Die Installationsvariante AVNAV für Open Plotter sorgt automatisch für die richtigen Verbindungen zwischen Signal-Key und AVNAV. Übrigens findest Du die Links, die im Video genannt werden, auch noch einmal in der Videobeschreibung. Dort lassen sich die Links dann direkt anklicken. Wenn Du nun die Server-Installation hinter Dich gebracht hast, wirst Du Dich vielleicht wundern, dass es nirgends ein Icon für eine App auf Deinem Desktop gibt. Das liegt daran, dass der Server auf dem Raspberry automatisch mit dem Hochfahren des Rechners startet. Auf Windows-Rechnern muss man den Server im Startfenster starten, sieht dann aber auch nicht mehr. Das liegt daran, dass AVNAV, wie bereits beschrieben, erst im Browser des jeweiligen Gerätes sichtbar wird. Starte also einen Browser und gib folgendes in die Adresszeile ein. Befindest Du Dich auf dem Gerät, auf dem der AVNAV-Server läuft, muss es heißen www.http.doppelpunktdoppelslashlocalhostdoppelpunktport8080 Befindest Du Dich auf einem anderen Gerät im gleichen Netz, muss es heißen www.http.doppelpunktdoppelpunktdoppelpunkt8080 Man kann auch direkt über die IP-Adresse des Servers gehen, das ist aber komplizierter, weil man sie erst herausbekommen muss. Das würde dann so aussehen. httpdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelpunktdoppelunkt80 In meinem Fall wäre das diese Adresse. Und wenn dann alles richtig installiert und eingegeben ist, startet AVNAV und zeigt eine erste Demokarte, denn nun müssen erst einmal die Karten ins System. und zwar die Karten, die du verwenden willst. In der AVNAV-Dokumentation findest du im Abschnitt Karten Hinweise, wie die Installation von Karten in AVNAV funktioniert. Die ersten Schritte in AVNAV kannst du nun selbst gehen, da vieles selbsterklärend ist. Alternativ lies dir einfach den Abschnitt Quickstart in der Dokumentation durch oder starte das nächste Video zu AVNAV. Dort wird es um einen schnellen Einstieg in die Verwendung von AVNAV gehen. Bis dahin, viel Erfolg und viel Spaß mit AVNAV!